Wenn du deine angeborenen intuitiven Fähigkeiten nicht nutzt, erweist du dir selbst und dem Leben deiner Träume einen riesigen Bärendienst. Die Erfolge so vieler Genies wurden dieser oft mysteriösen Form der Intelligenz namens Intuition zugeschrieben. Von Albert Einstein über Steve Jobs bis hin zu Henry Ford. Sie nutzten ihre Intuition für wissenschaftliche Theorien, für umfassende Problemlösungen in Unternehmen oder für kreative Ideen und veränderten damit ganze Branchen, wenn nicht sogar die ganze Welt. Einige nennen es Superkraft. Ich finde, man sollte es vielmehr die Wahrheit nennen. Diese innere Wahrheit und dieses Wissen ist für jeden Einzelnen von uns zugänglich. Ob du daran glaubst oder nicht. Mein Name ist Sonja Schuckett. Ich bin Autorin von 27 New York Times Bestseller. Meine Bücher wurden in 37 Sprachen übersetzt und von über einer Million Menschen weltweit gelesen. Wenn du deiner Intuition noch nicht nachgespürt hast, wird dies die aufregendste Quest deines Lebens. In Woche 1 von Die Superkraft deiner Intuition lernst du, was Intuition ist, dass sie nicht dein Intellekt, sondern in dir selbst ist und wie du den Intellekt ausschaltest, den Flow fühlst und verstehst, wie Intuition funktioniert. In Woche 2 lernst du, wie du deine Schwingungen erkennst, Hindernisse aus dem Weg räumst und dass dich deine Intuition in Bereiche führt, die du wirklich liebst, nämlich in dein authentisches Selbst. Und du lernst, wie du ohne zu zögern in diesen Flow kommst, sodass du schnell erste Ergebnisse sehen kannst. In Woche 3 verändern sich die Dinge dann wirklich, weil du nicht länger darüber nachdenkst und dann tust. Es wird zu einer Lebensweise. Ich zeige dir, wie du deine Energie bzw. wie du Entscheidungen mit dem Vibe-Check überprüfst. Von dem, was du zu Abend isst, bis hin zu dem, wie du dein Leben gestalten, mit wem du deine Zeit verbringen und welche Welt du erkunden willst. So kannst du die Fähigkeit bewahren, aufrechterhalten und verstärken, um im richtigen Moment Entscheidungen zu treffen, die deinem authentischsten und kreativsten Selbst entsprechen. Nach dieser 21-tägigen Reise wirst du echte Erfahrungen machen. Du wirst ein anderer Mensch sein. Du wirst mit deinem höchsten, authentischsten Geist verbunden sein. Mit deinem inneren Wissen. Nicht im Kopfwissen, sondern dem des Knochenmarks. Es wird mühelos sein. Du wirst schnelle und präzise Entscheidungen treffen und dich sicher fühlen, weil du authentisch und im Einklang mit deinem größeren Selbst sein wirst. Du wirst voller Inspiration sein, denn deine Intuition kommt von deinem Geist. Und das Wort Inspiration bedeutet, dass dein Geist dich leitet. So erhältst du diese selbstbewusste äußere Energie, die mit dem inneren Ausdruck im Einklang steht. Im Grunde wirst du also die Person mit den positiven Schwingungen sein. Es wird so magisch, dass du dich fragst, wessen Leben das ist. Und es wird dein eigenes sein. Und was meinst du? Lust jetzt damit zu beginnen? Folge deiner Intuition. Sie hat dich bis hierher gebracht. Ich hoffe also, ich sehe dich in der Quest. Klicke hier, um weitere Informationen zur Mindvalley Membership zu erhalten. Klicke hier, um mehrere Informationen zu erhalten haben. Untertitelung des ZDF, 2020